Jo Leute, was geht? Da sind wir wieder. Dead Space Remake Kapitel 2. Machen wir heute alle Sammelobjekte und da starten wir direkt durch. Da gibt es nämlich hier das Chinesemodul und das nehmen wir natürlich mit. Müssen wir so oder so storyrelevant auch mitnehmen. Ja, vor allem lasst gerne mal ein Dornchen hoch oder auch ein Abo da, wenn euch dieser Guide hilft, wirklich alles zu finden und die Platin zu erreichen. Ja, Chinesemodul haben wir jetzt eingesammelt und wir verschieben dann diese Kästen dahinter und sind dann auf der anderen Seite. Da gehen wir einmal komplett hier durch unseren Hauptweg entlang und kommen dann hier zu der jungen Dame, die aufgespießt wurde und die hat eine schöne neue Waffe für uns, die wir uns natürlich mitnehmen, das lassen wir uns nicht entgehen. Sollten wir so oder so mitnehmen, wird euch auch nicht entgangen sein. Ja, und dann, wenn wir die Waffe eingesammelt haben, machen wir auch direkt weiter. So, danach kommen wir hier zu einem Abschnitt, wo wir diese Batterie einsetzen müssen. Ich zeige es euch gleich auch nochmal auf der Karte. Da müssen wir die Batterie hier in diesen Stromkasten einsetzen. Wir sehen das hier das Ganze nochmal. Auf der Karte sind wir entsprechend hier. Und ja, wenn ihr das Ganze eingesetzt habt, dann geht ihr theoretisch erstmal hier wieder durch und könnt hier verschiedene Kisten und Truhen und sowas aufmachen. Und das machen wir auch und wir gehen hier hinten hin und haben dann hier den nächsten Knoten. Hier kommt noch ein Gegner raus, den machen wir eben noch schnell platt und können dann hier theoretisch auch noch die Werkbank benutzen. Und dann können wir weitermachen und uns die nächsten Sachen holen. Ja, nachdem wir das fertig gemacht haben, gehen wir wieder raus, gehen hier zurück zu der Anlage und switchen einmal den Schutzschalter um. Nämlich machen wir das hier auf den linken, die linken Türen und können dann hier zurückgehen, komplett einmal hier durch. Und hier hinten sind jetzt die Türen geöffnet. Wir können hier in das Sprechzimmer gehen und da können wir uns dann die nächste Audio-Log holen. Der liegt hier auf dem Tisch und den nehmen wir einmal mit. Sammeln hier natürlich nochmal alles ein, was es noch so gibt und können dann entsprechend auch wieder weitergehen. Ja, Audio-Log läuft noch aus diesem Raum. Wir gehen dann weiter, gehen hier einmal zurück und können dann gegenüberliegend noch die Tür öffnen, hier in der Sicherheitsstation. Und müssen da aber nicht unbedingt lang gehen. Erstmal hier hinten wieder zurück und können hier mit dem Aufzug einmal nach oben fahren, indem wir hier die Aufzüge aktivieren. Klicken da einmal drauf, können dann hier nach oben fahren. Hier kommt jetzt ein Haufen Gegner, die machen wir alle platt und dann geht es auch gleich schon weiter. Wir folgen immer weiter den Hauptweg und dann kommen wir gleich in den nächsten Bereich. Wir sind dann hier in diesem Bereich, den Hauptweg sind wir komplett gefolgt und in diesem Bereich ist es so, dass wir hier natürlich auch noch was holen können und das machen wir natürlich auch. So, drehen uns einmal um, gehen hier in die andere Richtung, hier rechts rein, in den Stationsraum Observation und da können wir hier auf dem Tisch noch ein Textlog finden. Das nehmen wir natürlich mit und weiter geht es zum nächsten Sammelobjekt. Ja, dann dauert es eine ganze Weile, wir folgen immer weiter dem Hauptweg, bis wir hier zur Therapie Zero-G kommen und können dann hier einmal lang gehen. Das erste Mal, dass ihr hier die Gravitation trefft und da gehen wir einmal komplett durch und holen uns dann hier gleich das nächste Audio-Log. Das ist ein bisschen verwirrend hier gleich, denn ihr seid dann schwebend im Raum quasi. Geben dann hier rein, Zero-G Therapie und können dann hier jetzt gleich abheben und hier solltet ihr erstmal alles in diesem Raum einsammeln, bevor ihr gegenüber in den Raum reingeht. Sammelt hier erstmal alles ein, hier gibt es einige Kisten, Container, passt aber auf, da ist glaube ich auch noch ein Gegner und ja, da schweben wir einmal hier so ein bisschen rum und sammeln hier diese Objekte ein. Ja, nachdem wir alles eingesammelt haben, gehen wir hier rüber in den Bereich Therapiewartung, das ist auch noch in diesem Schwebebereich und hier können wir einige Sachen noch holen, vor allem könnt ihr da ein bisschen drauf aufpassen, dass ihr diese Sachen, die oben auf Schränken liegen oder sowas, nicht vergesst. Aber hier gibt es noch einen Hydro-Kanister, den brauchen wir und entsprechend startet dann ein neues Audio-File. Den Rest sammeln wir natürlich auch noch einen in den Spinden und gehen dann wieder zurück. Fliegen einmal wieder zurück auf die andere Seite, gehen hier wieder zu diesem Weg zurück, wo wir das erste Mal das Zero-G gemacht haben. Ja, und wir merken, dass hier dann jetzt auf einmal alles kaputt ist. Wir fliegen dann also hier einmal hoch und können dann hier rüber und entsprechend hier um die Ecke fliegen. Da können wir noch ein bisschen Sauerstoff tanken, bevor es weitergeht. Und ja, dann gehen wir hier wieder zurück und können dann hier hinten wieder durch die Tür gehen und sind dann wieder an unserem Ausgangspunkt, theoretisch. Fliegen hier einmal durch und man sieht hier jetzt schon, rechts war eine Tür Level 1. Die wird später auf jeden Fall nochmal interessant, so dass wir die dann später noch öffnen können. Machen wir hier also alle Gegner platt und folgen dem Hauptweg, bis wir wieder festen Boden unter den Füßen haben und sind dann in diesem Bereich angekommen. und hier liegt ein Schema für das Impulsgewehr, Impulsprojektile, das nehmen wir natürlich mit und dann geht es direkt weiter zum nächsten Objekt. Wir folgen einmal den kompletten Hauptweg, bis wir hier angekommen sind. Hier kommt ein Haufen Gegner erstmal, die müsst ihr erstmal alle platt machen, damit ihr Ruhe habt und dann gehen wir hier in Dr. Brenners Büro rein, also durch Freundin vom Isaac Clark, nehmen hier dieses Medipack mit und hier können wir uns das Audio-Log von ihr anhören und das machen wir natürlich auch. Nehmen das einmal mit, hören uns hier das Audio-Log schön an und können dann hier weiter. Hier gibt es nämlich noch einiges einzusammeln, denn wir gehen dann hier hinten nochmal in die Ecke, können hier das Text-Log noch mitnehmen, das brauchen wir natürlich auch für unsere 100%-Sammelobjekte und gehen dann wieder weiter zurück. Die anderen Türen sind jetzt eigentlich auch geöffnet, dadurch suchen wir natürlich noch alles, so dass wir wirklich alles mitnehmen können. Gehen also wieder hier raus in den Hauptgang, gucken wir gerade nochmal auf der Karte, die Mission ist jetzt an, zerstört die Parikade, finde ein Schockpad und die Nebenmission von Nicole Brenner ist jetzt auch an. Wir gehen jetzt hier in Dr. T, kein Büro, den CSO und können dann hier nochmal ein Hologramm abspielen. Hier hinten liegt dann noch ein Text-Log, den nehmen wir natürlich mit und ziehen uns hier einmal das Hologramm ein, gucken was wir hier besprechen und erfahren dadurch ein bisschen was über die Hintergrund-Story. Ja, wenn das Text-Log vorbei ist, gehen wir wieder zurück, kommen dann hier in den Hauptbereich wieder zurück und können dann einmal hier hinten lang gehen, machen hier natürlich die Kiste kaputt, schnappen uns die Plasma-Energie und hier links in der Dusche, ein bisschen weiter ganz am Anfang vorne, liegt noch ein Audio-Log, das nehmen wir natürlich mit und hören uns das einmal an. So, wenn wir das Audio-Log erhalten haben, gehen wir weiter, schnappen uns hier noch die Gegenstände, hier ist noch eine Kiste, das können wir auf jeden Fall platt machen, gehen dann entsprechend weiter. Gehen dann hier nochmal komplett zurück und gehen dann hier in den Umkleideraum und hier gehen wir weiter den Hauptweg, hier ist noch eine Bank, hier können wir noch die ganzen Spinde öffnen, das machen wir auf jeden Fall auch, denn wir wollen ja auch ein paar Credits haben und hier ist noch ein Schema zur Straße, das machen wir auch auf jeden Fall. So, nehmen hier noch die Credits mit und können dann hier durch diesen Hauptgang durch. Damit ihr es nochmal auf der Karte seht, wo wir sind, wir sind jetzt hier in diesem Bereich und können dann weitergehen durch die Haupttür da vorne, den Hauptgang weiter zum Zentrum und gehen hier einmal durch, machen die Tür auf und ja, da hängt der coole Dude mit seinem Billardstock da oben dran. Sieht zumindest so aus, als würde er gleich Billard spielen und dann gehen wir hier rein. So, da gibt es hier eine kleine, fiese Szene, die schauen wir uns mal an. Skippen die hier gerade mal. Wenn das fertig ist, die Szene, können wir hier durch die Tür reingehen, gehen hier in das Labor rein. Achtung, hier kommen ein paar kleine Viecher. Die macht er natürlich alle platt und wir schauen mal, was es hier so schön es gibt. Da hängt der Typ dran und hier gibt es noch ein Impulsprojektil, wenn wir den Gegner drauf treten. Aber hier gibt es vielleicht auch noch was anderes. Da schauen wir uns einmal komplett um. Ist aber aktuell nichts da. Heißt, wir gehen dann hier hinten in den Schreibtisch, in die Ecke und holen uns den Textlog. Textlog haben wir eingesammelt, gucken uns natürlich, was da schönes drin steht und gehen dann entsprechend weiter. So, wenn wir den Hauptweg weiter gefolgt sind, dann kommen wir hier in die Sanitärduschen und können uns dann hier weiter aufmachen, können hier entsprechend den Strom umschalten, damit wir uns den Gegenstand hier nehmen können. Dem brauchen wir nämlich dieses Schockpad, um weiter in der Story zu kommen. Wenn wir das Schockpad eingesammelt haben, drehen wir uns hier noch um und in dem Raum gibt es noch hier einen Knoten. Den nehmen wir natürlich auch noch mit und können dann weitermachen. Wir folgen dann den Hauptweg, bis wir hier in diesem Bereich sind, können dann hier die Sprengung platzieren, die wir gefunden haben und entsprechend dem Weg weitergehen. Ja, die Sprengladung platzieren wir hier hinten an dem Gerümpel, suchen dann einmal Deckung, damit die Sprengladung entsprechend losgeht und dann können wir natürlich hier den Weg weitergeben. Das Gerümpel ist weg, der Weg ist frei und wir können dann weitermachen. So, die Sprengung ist erfolgt, wir gehen dann einmal hier durch und machen hier noch den Gegner platt, machen den komplett fresh und dann geht es eigentlich auch gleich weiter. Gehen hier einmal durch, nehmen noch das Medikit mit und öffnen hier die Tür. So, dann kommen wir in diesem Bereich hier an und hier können wir noch was Schönes einsammeln. Da schauen wir uns einmal kurz um und sehen, dass hier hinten dieses gelbe Teil liegt, nämlich das ist ein Waffen-Upgrade für den Plasma-Cutter. Den nehmen wir natürlich mit, brauchen wir, wollen wir unbedingt haben und können dann weiter auf dem Hauptweg gehen. Ja, wir gehen dann hier die Tür zur Notaufnahme rein und dann können wir hier noch einen Text-Log finden, der hier direkt auf dem Tisch liegt, Patientenbeobachtung. Da lesen wir uns einmal schön durch, was hier so vorgeht und können dann weiter den Hauptweg gehen. So, Text-Log haben wir eingesammelt, wir gehen dann hier rüber und wenn wir jetzt bei Nicole Brenners Nebenmission alles richtig gemacht haben, erscheint dann hier ein entsprechendes Hologramm und diesem Hologramm müssen wir folgen, das schauen wir uns einmal komplett an und können dann gleich weitermachen. Ja, dieses Hologramm erscheint aber wirklich nur, wenn wir vorher Nicole Brenners Nebenquest fertig gemacht haben bzw. aktiviert haben. Wir sammeln dann hier noch die Plasma Cutter ein und gehen hier hinten dann zu und zum Stromschalter und wechseln das einmal hier rüber, damit wir hier einmal durchgehen können. Benutzen dann die Straße, um das rüber zu schieben, können dann hier in das kleine Hinterbüro von Nicole Brenner gehen, können dann hier noch die ganzen Credits einsammeln, die natürlich wichtig sind und holen uns hier noch den nächsten Audio-Log zu dieser Mission und können dann entsprechend weitermachen. Ja, dann gehen wir wieder raus, setzen das Stromkasten hier ein, falls ihr das noch nicht gemacht habt, da muss einmal der Stromkasten rein, damit hier hinten die Tür aufgeht. Da gehen wir einmal durch, Notaufnahme Flur A und hier können wir die Credits einsammeln können, aber nochmal hier hinten hingehen, denn hier hinten rechts ist noch ein Puls-Projektil, gehen dann hier einmal lang, machen alle Gegner platt und können uns dann gleich hier noch eine versteckte Datei holen. Ja, Gegner haben wir alle fertig gemacht und bevor wir hier durch die Tür gehen, gibt es hier rechts noch ein Audio-Log an der Wand, das holen wir uns natürlich und gehen jetzt auch nicht direkt durch die Tür, sondern wir gehen hier erstmal den Gang links entlang, nehmen, hier können wir nämlich nochmal was holen, gibt es noch ein paar Gegenstände, ein bisschen Medizin und so weiter, aber hier hinten gibt es vor allem auch noch, ja, Knoten, kommt natürlich auch noch ein Gegner raus, das wollen wir alles haben und da liegt auch noch ein Audio-Log auf dem Boden. Machen wir hier einmal alles platt und schnappen uns hier auch die Gegner, da kommt dann noch ein dritter tatsächlich und ja, die machen wir jetzt alle erstmal fertig. So, wenn wir die Gegner fertig gemacht haben, suchen wir hier uns natürlich die Boxen raus und die Credits nehmen wir mit. Hier, das Audio-Log lag hier auf dem Boden, das habe ich jetzt aus Versehen schon mit eingesammelt, das liegt hier aber direkt auf dem Boden, könnt ihr eigentlich nicht verfehlen und wir nehmen uns natürlich noch hier drüben den Kasten mit. Da finden wir noch einen Knoten, den brauchen wir natürlich auch und dann können wir zurück zur Tür gehen und dem Hauptweg weiter folgen. Ja, wir gehen dann immer weiter, bis wir hier zur Leichenhalle kommen und da findet eine kleine Explosion statt. Wir können hier einmal komplett dann durchlaufen durch die Leichenhalle, beziehungsweise bis wir die Leichenhalle erreichen, schnappen uns hier die Batterie, setzen die einmal hier drüben rein, Gegner braucht ihr eigentlich gar nicht zu beachten, gehen hier nämlich schnell rein in den Aufzug und drücken und dann fährt der Aufzug schon weg. Gegner können und so eigentlich gar nichts machen. Ja, Aufzug ist dann unten angekommen, wir können dann hier nochmal öffnen, sind dann hier in der Leichenhalle und hier in der Leichenhalle gibt es noch einen Textlock, den ihr mitnehmen solltet, hier gibt es aber auch noch ganz viele andere, ja, Credits, Munition und so ein Kram, das sammelt ihr alles ein und gehen dann hier einmal rüber, nehmen noch hier das Straßenpack und können dann hier hinten auf diesem Tisch in der Mitte können wir noch das nächste Textlock finden. Ja, nachdem ihr hier alles in der Leichenhalle erledigt habt, bekommt ihr Level 1 Stufe und könnt damit Level 1 Türen aufmachen. Wir sind dann hier in diesem Bereich und können jetzt natürlich die ganzen Level 1 Türen aufmachen, die wir vorher nicht öffnen konnten, aber auch Level 1 Kästen und Spinde und ja, wir gehen jetzt einmal komplett hier durch, öffnen hier den Weg zur Klinik und können dann hier hinten an der Wand schon mal das Level 1, ja, Wandkasten aufmachen, können das dann hier öffnen und hier gibt es dann noch einen Knoten. Dann gehen wir hier weiter durch die Sicherheitsstation, gehen dann hier rüber, den Hauptweg lang, denn wir wollen noch mal zur Zero-G-Abteilung, gehen dann hier nämlich einmal zurück, da war ja ganz am Anfang diese Tür mit Stufe 1, da erinnern wir uns natürlich dran, gehen hier einmal komplett zurück und holen uns dann noch in dieser Tür mit Stufe 1 entsprechend ein paar Gegenstände. Ja, hier rennen wir einfach durch, könnt natürlich auch die Gegner platt machen, wie ihr wollt, ist aber eigentlich unnötig, wir können hier einfach durchrennen und klicken dann hier L1, um wieder zur Zero-G-Abteilung zu gelangen, gehen dann hier hoch, gehen hier einmal durch und da haben wir dann auch schon unsere Tür, die wir vorher nicht öffnen können und da landen wir hier einmal und machen jetzt gleich hier links noch die Tür auf. Die hat nämlich eine Stufe 1, die können wir dann öffnen und weiter geht's. Machen hier die Tür auf, Sicherheitsabfrage 1 haben wir jetzt durch das Rig des Captains, können dann hier einmal durchgehen, hier sind die Spindel, die klicken wir einmal alle an, da gibt es noch einiges Schönes am Loot und vor allem gibt es hier hinten in der Ecke dann noch einen Knoten, und den wollen wir natürlich haben, um unsere Waffen abzugraden, machen hier noch die Kiste kaputt, holen uns die Plasma-Energie und hier hinten an der Wand gibt es auch noch einen Schrank. Ja, das war's eigentlich Freunde, jetzt können wir wieder zurückgehen, können unserem Hauptweg folgen und ja, das Ganze dann beenden hier in Kapitel 2 und haben da quasi alle Teile eingesammelt. Ja, auf dem Rückweg solltet ihr ein bisschen aufpassen, da gibt es jetzt noch einige Gegner, wir folgen dann einmal den Hauptweg, hier werdet ihr wirklich überrannt, macht die ganzen Gegner nochmal platt und dann gehen wir hier den Hauptweg komplett zurück, bei mir war das dann ziemlich dunkel, aber gut, irgendwann kommen wir da hinten an und was wir jetzt noch machen können, um das wirklich abzuschließen, wir können nochmal zum Shop gehen und in dem Shop können wir uns dann noch die Upgrades kaufen. Ja, wenn wir wieder in der Sicherheitsstation sind, können wir hier zum Shop gehen und wenn wir es richtig machen wollen, kommen wir hier noch den Knoten kaufen, Energieknoten und ja, vor allem sonst ja auch alle Waffen-Upgrades kaufen und dann sind wir fertig mit Kapitel 2, folgendem Hauptweg, um in Kapitel 3 zu kommen und dann sehen wir uns im nächsten Video, Freunde, lasst gerne mal ein Däumchen hoch oder auch ein Abo da, wenn ich euch helfen konnte, würde mich riesig freuen, denn bei mir im Kanal findet ihr mal die neuesten Guides zu den neuesten Spielen und da lohnt es sich natürlich reinzuschauen. Also Freunde, euch noch viel Spaß, wir sehen uns in Kapitel 3, wenn ihr das möchtet und ich sage Adios, bis denn, macht's gut, ciao, ciao.